Es ist wirklich ein toller Raum. Und wie jedes reine Funktionsgebäude einfach schön. Einfach elegant und schön. Ja, hier verkauft man Fisch. Das soll man hier sonst machen. Und das Tolle ist, wenn die den Fisch machen, die nehmen ja auch aus und so etwas, die schmeißen alles in den Kanal. Es wird einfach reingeschmissen. Das ist jetzt verboten, habe ich gehört, aber die Schmutzung wird alles reingeschmissen. Kann man sich vorstellen, wie das da aussieht. Ja, ja, ja. Und schauen Sie mal, ich wollte Ihnen nur zeigen, hier habe ich gewohnt. Hier in einer der Wohnungen da oben. Jetzt? Jetzt? Nein, 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 das war vor 20 Jahren oder sowas. Und ich habe es nicht gewusst, als ich die Wohnung gemietet habe, dass es der Fisch war. Das war auch ein Fehler. Das war vorhin für die Morgenruhe wahrscheinlich nie. Wann fangen die an? Um 5 in der Früh? Ganz, ganz früh. Ja, ja, ja. Irgendwie so. Das war vorhin. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020